Ein neuer Ford Car steht hier zum Verkauf. Der schwarze Kleinwagen hat drei Türen und bietet vier Sitzplätze. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Klimaanlage und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 69 PS. Er wird über ein 5-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 11.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Untertitelung des ZDF, 2020